Was, schon kurz nach sieben? Oh Mann, unpünktlich beim ersten Date geht gar nicht. Wie siehst du denn aus? Da kannst du ja gleich als Nachtwächter auftauchen. Hör, mein Mädel, lass dir sagen, die Uhr hat zwölf geschlagen. What? Nee, die rennt ja gleich schreiend weg. Das geht gar nicht. Die denkt ja, ich bin so ein verrückter Labtyp. Also doch, los, rassier dich. Guten Morgen, 8a. So, Hefte raus, wir sind auf Seite 27. Wer kann sagen, worum es geht? Na toll, jetzt siehst du aus wie dein Geschichtslehrer. Da steht sie sicher total drauf, auf so einen Spießer. Aber bin ich das? Fuck, echt nicht. Ey, Puppe, wenn der Typ das will, dann machst du das auch, klar? Ey, jetzt hör auf zu flennen und geh Geld anschaffen, ja? Mann, echt. Ein Pornobalken? Ey, das kommt gar nicht gut an. Die denkt doch gleich, dass sie nur eine schnelle Nummer ist oder ich nur am rumficken bin oder sie anschaffen gehen soll. Den? Oder besser den? Na? Was sagst du jetzt? Hat dir wohl die Sprache verschlagen? Vollbart, haben sie gesagt. Ohne Bart, ohne mich. Die Sprache verschlagen. puedo Curryreiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiber ser diagnosisage. Vielen Dank.